Ja, also mein Name ist Sabine Maikwart, ich studiere im siebten Semester, das habe ich gerade abgeschlossen, ich komme jetzt also ins achte Semester und ich studiere an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Ich habe mich damals entschieden Medizin zu studieren, weil ich gern etwas machen wollte, wo ich einfach mit Menschen zu tun habe, wo ich den direkten Kontakt eben auch habe, aber auch was, was mit Naturwissenschaften zu tun hat, weil ich einfach es faszinierend finde, so wie der menschliche Körper funktioniert und einfach so die ganzen Hintergründe auch hinter den Krankheiten zu verstehen und weil man in der Medizin einfach unheimlich viele Perspektiven hat, man kann auch in der Lehre arbeiten oder forschen, ja, hat da ganz viele Wege offen. Ja, in der Allgemeinmedizin fasziniert mich eben, dass man den Menschen als Ganzes eben im Blick hat, nicht nur ein spezifisches Organ, sondern wirklich den Ganzen anschauen muss und alles bewerten muss, alles koordinieren muss, auch mit anderen Ärzten sprechen muss und für seinen Patienten da das Optimale herauszufinden und dass man eben ein unausgelesenes Patientengut eben hat. Man hat eine ganz gewaltige Altersspannung, man hat Kinder, man hat alte Menschen und man begleitet eben die Patienten über einen sehr langen Zeitraum und das ist einfach, finde ich, ein schönes Gefühl, wenn man immer wieder die Leute eben sieht, wie sie sich auch entwickeln und das über Jahre und Jahrzehnte hinweg, also der Ausblick, das später mal zu machen, das finde ich sehr zufriedenstellend auch und ja, wird mir sehr gefallen.